Musik Ja, hallo Herr Jakobacci. Ihre Mannschaft befindet sich im Aufwind. In den letzten sechs Spielen gab es nur eine Niederlage. Es fällt aber auf, dass die Gegner, gegen die ihr gewonnen habt, es waren fünf, alle Platz zwölf oder schlechter stehen. Jetzt kommen zwei Gegner, die ihn einstellig haben, der hat den Platz. Hier ist das mal eine Konfusse. So, jetzt haben wir den Salat. Kann 60 auch gegen solche Mannschaften gewinnen? Seid ihr schon soweit? Jawohl! An einem guten Tag können wir sicher gegen jeden Gegend gewinnen. Jawohl! Aber wir können auch gegen jeden Gegend verlieren. Nichts kommt gar nicht in Frage. Nein, auf solche Scherze macht nur der Teufel. Aber wir werden sehen. Aber wir werden alles sicher daran setzen, um eben dieses Spiel positiv zu gestalten und ein positives Resultat nach Hause zu bringen. Natürlich. Also die Geschichte hat mich jetzt so aufgeregt. Viktoria Köln, 60 Samstag, 14.03 Uhr. Live bei Magenta Sport, live im bayerischen Fernsehen in den BR Studios in Freimmann wird Marco Hiller als Experte und Co-Kommentator dabei sein. Ja, dann allen gute Anreise nach Köln und dann sehen wir uns Samstag im Sportpark Hüdenberg. Dankeschön! Danke euch! Applaus 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 Vielen Dank.